Frauenfeld Frauenfeld ist die Hauptstadt des Kantons Thurgau und zeichnet sich durch eine hohe Wohn- und Lebensqualität aus. Geschichte Frauenfeld entstand als befestigte kleinstädtische Siedlung im 13. Jahrhundert auf dem Territorium von Langen und Kurzen Erchingen. Erich Inga war im 9. Jahrhundert Königshof und Gerichtsstädte mit eigener Kirche und ging bereits in dieser Zeit als königliche Schenkung in den Besitz des Klosters Reichenau über. Der Baubeginn am Turm des Frauenfelder Schlosses lässt sich aufgrund der heute noch erhaltenen Holzbalken auf die Zeit um 1230 datieren. Unmittelbar neben diesem herrschaftlichen Zentrum entstand im zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts die Siedlung, deren Name 1246 erstmals urkundlich erwähnt wird. Bereits 1286 ist Frauenfeld als Stadt bezeugt. Die Fugteil über den reichenauischen Besitz liegt in dieser Zeit bei den Habsburgern, die diese Funktion 1264 von den Küburgern geerbt hatten. Nachdem 1460 die Eidgenossen den Thurgau erobert hatten, machten sie Frauenfeld schrittweise zum Verwaltungszentrum der Landgrafschaft. Um 1500 wurde Frauenfeld erstmals Sitzungsort der Eidgenössischen Tagssatzung. Der Eidgenössische Landfugt residierte ab 1532 im Schloss Frauenfeld. Zwischen 1712 und 1798 tagte die Tagssatzung regelmäßig in Frauenfeld. Von dieser Zeit zeugen heute noch die prächtigen Gesandtschaftshäuser der Tagssatzungsorte und das 1791 bis 1793 erbaute Rathaus mit seinem repräsentativen Tagssatzungssaal, in dem heute und andere der große Rat des Kantons Thurgau tagt. Die Selbstständigkeit des Thurgaus, dessen Kantonshauptort Frauenfeld von 1798 an war, löste die alten Handels- und Gewerbebeschränkungen und machte die Bahn frei für eine Industrialisierung im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Viele Betriebe in den Bereichen der Nahrungsmittel- und Lederverarbeitung, der Textil-, Metall- und chemischen Industrie ließen sich vornehmlich entlang der schon im Mittelalter genutzten Murkkanäle nieder. Heute sind viele Zeugen einstiger Pioniere der Industrialisierung, Waldmühle, Eisenwerk, in vorbildlicher Weise zu Wohn- und Kulturzwecken umgenutzt worden, Frauenfeld ist aber immer noch wichtiger Industriestandort. Mit der Bahn pro Stunde gibt es vier Verbindungen von und nach Zürich. In Richtung Kreuzlingen-Konstanz verkehren jeweils zwei Züge pro Stunde. Die Regionalbahn Frauenfeld-Wiel bringt sie zweimal stündlich nach Wiel, wo sie Anschluss an die Schnellzüge nach St. Gallen haben. Mit dem Bus ein dichtes Netz an Postautolinien führen sternförmig in die Region. Auf der Straße Frauenfeld ist mit dem Auto über die Autobahnen A7 und A1 erreichbar. Der Flughafen Zürich ist nur 30 Fahrminuten entfernt. Mobilität der Bahnhofplatz Frauenfeld steht ausschließlich dem öffentlichen Verkehr, den Fußgängern, Velofahrern und Taxis zur Verfügung. Mehr als 800 gedeckte Veloabstellplätze über 400 Autoabstellplätze rund um den Bahnhof ermöglichen allen Benutzern kurze Umsteigewege. Bahn Es besteht ein attraktives Fahrplanangebot mit stündlich vier Verbindungen, zwei im Fernverkehr und zwei im Regionalverkehr, nach Zürich und Richtung Bodensee. Am Wochenende gibt es drei Verbindungen pro Stunde in beide Richtungen. Hinzu kommt ein gutes Nachtangebot durch Bahn und Bus. Frauenfeldwielbahn Die Frauenfeldwielbahn ist eine Regionalbahn, die im Halbstundentakt bis um Mitternacht die beiden Städte verbindet und für Anschlüsse Richtung St. Gallen, Tockenburg und Appenzell-Erland sorgt. Postauto Zehn Postautolinien fahren von Frauenfeld aus im Stundentakt sternförmig in die Region. Auf einzelnen Linien verkehren die Busse in Spitzenzeiten alle halbe Stunde. Stadtbus Auf acht Linien-Esten bieten die Stadtbuslinien ein komfortables Angebot. Mit einem dichten Haltestellennetz und zahlreichen Warteunterständen wird der Buskundschaft ein guter Service geboten. Sehenswürdigkeiten Das Schloss ist das eigentliche Wahrzeichen von Frauenfeld und Blickfang aller Besucher der Altstadt. Der Wehrturm wurde um 1230 von den Küburgern erbaut, die bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1264 im Thurgau regierten. Ihr Erbe traten die Habsburger an. Das um einen Wohntrakt erweiterte Schloss wurde unter ihnen österreichischer Verwaltungssitz. Nach der Eroberung des Thurgaus durch die Eidgenossen residierten die Landwürgte im Schloss. Da diese nur je zwei Jahre im Amt waren, nahmen sie am Gebäude wenige Änderungen vor. Sie ließen beispielsweise den Geritschsal mit allegorischen Fresken und ihren Wappen ausschmücken. 1803 wurde das Schloss zum Verwaltungsgebäude des jungen Kantons. Nach dem Auszug der Verwaltung 1867 kaufte Oberrichten J.J. Bachmann von Stedfurt das Schloss und rettete es damit vor dem drohenden Abbruch. 1955 ging es als Legat an den Kanton zurück mit der Bedingung, darin das historische Museum einzurichten. Ausgestellt werden hier unter anderem Kunstgegenstände aus dem Erbe der 1848 aufgehobenen Klöster. Die Baliere am Kreuzplatz ist eines der ältesten Fachwerkhäuser im Thurgau. Das Wohnhaus wurde 1557 für Hans Hoffmann, Baliere oder Schwertfeger erbaut und beherbergt heute die Stottische Galerie. Der Barockbau Berner Hausbankplatz, ehemals Absteigequartier der bernischen Untersatzungsabgeordneten. Im Parter wechselnde Ausstellungen des Kunstvereins. Fabrikanlage Eisenwerk aus dem 20. Jahrhundert. Erbaut 1908 bis 1926. Revitalisierung ab 1984 durch Genossenschaft. Heimatschutzträger 1991. Architekturpreis 1980 bis 1990. Neunutzung, Wohnen, Gewerbe, Freizeit und Kultur, Märzwechsel, Kleinteater, Restaurant, Kunsthalle. Ehemals Sommer- und Rebhausguckenhörli von Ministerkern mit kleiner historischer Sammlung. Geöffnet am ersten Sonntag des Monats, 10 bis 12 Uhr. Barockbau Luzerner Haus, ehemals Absteigequartier der luzernischen Tagsatzungsabgeordneten. Enthält heute das Naturmuseum Thurgau. Klassizistisches, siebenachsige Rathaus, errichtet 1790 bis 1794 von Josef Portscher unter Einbezug bestehender Mauerkerne von 1667 bis 1669. Im Eigentum der Bürgergemeinde. Im großen Bürgersaaltag der Gemeinderat. Im Sommerhalbjahr auch der große Rat. Der Plättlitz Zoo mit ca. 50 Tierarten, Streichelzoo, Grillplatz und Spielplatz ist das ganze Jahr geöffnet. Kirchen Sport Es gibt zahlreiche Sportanlagen wie Skatepark, Turnhallen, Tennishalle und Plätze, Vita-Parcours, Sportplätze, Eishalle und Einhallen, frei und sprudelbaten für alle Altersgruppen. Sportplatz Kleine Alment, Leichtathletikanlage, Rasenfelder, Laufsportanlagen, tagsüber frei zugänglich. Neben der Sportanlage ist ein Skatepark. Sportanlage Auenfeld neben der Kaserne. Turnhalle, Außenanlagen, Beachvolleyballfeld, Rasenspielfeld. Kunsteisbahn, im Winterhelpia verfügbar, mit Außenfeld und Eisfeld in der Halle. Bademöglichkeiten, Hallenbad mit 25 M-Becken und Sprudelbad mit 34 Grad warmem Wasser ganzjährig geöffnet. Im Sommer ist ein Freibad mit 50 M-Becken und 85 Meter langer Rutschbahn verfügbar. Velo, Skater- und Wanderparadies, die sanfte Hügellandschaft der Region Frauenfeld lädt zum Wandern und Geländesport ein. Frauenfeld ist Ausgangspunkt zahlreicher Velo, Skater- und Wanderrouten. Erwähnt seien hier nur die Nordostschweizerer Kulturroute auf den Spuren von Burgen, Schlössern und Klöstern und vier Panoramawege. Aussichtspunkt Beliebtes Ausflugsziel ist der oberhalb Frauenfeld in der Nähe des Weilersdingen hart gelegene Stelibugturm. Von der Plattform mit Panoramatafel des vor über 100 Jahren erstellten, gut unterhaltenen Aussichtsturms aussieht man bei guter Fernsicht bis in die Vorarlberger, Inner Schweizer und Berner Alpen. Er ist über verschiedene Wanderwege bequem zu erreichen. Der idyllischste führt von Frauenfeld aus durch das Mühle-Tobel, vorbei an einem gut aus GE-schilderten Waldleerpfad. Regelmäßige Veranstaltungen Einkaufen Mehrere Einkaufszentren bieten ein umfangreiches Sortiment. Zahlreiche Detailgeschäfte in der Innenstadt ergänzen das vielseitige Angebot. Küche Es gibt ein umfangreiches Angebot an Restaurants zu allen Sparten. Winzer Apero im Sommer in der Frauenfelder Altstadt. Jeweils samstags präsentieren die Weinbauern aus der Region zur Degastation ihrer feinen Tropfen und weitere Spezialitäten. Nachtleben Frauenfeld bietet ein buntes zeitgenössisches Kulturleben. Frauenfeldevents.ch informiert Sie zuverlässig und aktuell über Veranstaltungen in Frauenfeld. Unterkunft Hotel Weitere Unterkünfte Camping Ausflüge zur Regio Frauenfeld gehören das Tourtal, das Seebachtal, die Abhänge des Seerückens und das Gebiet um den Wellenberg mit dem unteren Moagtal. Die Landschaft des westlichen Kantonstalls wird geprägt von der Tour mit ihrem breiten Tal. Die Südhänge sind zum großen Teil mit Reben bewachsen. Lohnende Ziele sind die Seen des Seebachtals, der Barichitsee, zahlreiche Schlösser und Aussichtspunkte wie der Stelibuck oder der Sonnenberg. Das ehemalige Kloster Karthause-Ittingen nur einige Fahrminuten von Frauenfeld entfernt. Rund 700 Jahre lebten hier Mönche. Zuerst die Augustiner und ab 1461 bis zur Auflösung des Klosters 1848 die Karthäuser. Seit 1983 betreibt die privatrechtliche Stiftung Karthause-Ittingen unter dem Leitspruch erhalten und beleben in den ehemaligen Klostergebäuden ein Kultur- und Zahmin-Azentrum mit vielseitigen Angeboten. Neben den kulturellen Impulsen gibt es gepflegte Gärten und kulinarische Genüsse mit Produkten aus der Selbstversorgung und Hotelzimmer in einer modernen klösterlichen Atmosphäre. Das Ettinger Museum und das Kunstmuseum Turgau bilden den Kern der Karthause-Ittingen. Im Ettinger Museum wird die Geschichte des Ortes und die Eigenheiten des Karthäuser Ordens thematisiert. Das Kunstmuseum Turgau ist die bedeutendste Kulturinstitution im Bereich der bildenden Kunst im Kanton. Karthause-Ittingen Beim Gräuterhof Islikon und Telefonmuseum Telefonica handelt es sich um ein Beispiel für die Anfänge des Fabrikbaus im 18.19. Jahrhundert. Hier hatte eine Textilfarberei und Druckerei ihren Sitz. Heute wird der auch für Tagungen und Seminare genutzt. Das Gebäude beherbergt auch das familienfreundliche Telefonmuseum Telefonica. Die Geschichte der Telefonie, Triumphe, tragischen Niederlagen, grotesken Fehlentwicklungen und umweltsenden Erfindungen ist im Telefonmuseum auf greifbare Weise auch kindergerecht dargestellt. Sehenswertes im weiteren Gebiet um Frauenfeld Napoleon Museum Turgau, Schloss und Park Arenenberg Adolf-Dietrich-Haus, Berlingen Seemuseum Kreuzlingen Klosterfischingen Winorama Ermetingen Conny Land, Bodensee Freizeitpark